Die forschende pharmazeutische Industrie ist eines der Standbeine von dem, was wir Hochtechnologie-Standort Deutschland nennen. Und ich will an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung rufen, dass gerade die pharmazeutische Industrie auf langfristige, berechenbare Investitionsbedingungen angewiesen ist, genauso wie auf den Schutz des geistigen Eigentums, also vernünftige, einklagbare, patentrechtliche Regelungen. Die Entwicklung eines neuen Wirkstoffs erfordert im Durchschnitt einen finanziellen Aufwand von etwa 800 Millionen Euro und die Entwicklung dauert im Durchschnitt etwa 10 Jahre. Das heißt, wenn mir nicht im Anschluss bei der Verwertung eines solchen Rohstoffs und Wirkstoffs dann auch die Möglichkeit gegeben ist, verlässlich darauf zu bauen, dass das Investierte auch wieder verdient werden kann, dann wird die Forschung in Deutschland oder in Europa nicht mehr stattfinden. Und ich will hier für die Bundesregierung sagen, wir haben ein hohes Interesse daran, dass Deutschland nicht nur Produktionsstandort ist, sondern dass Deutschland auch ein guter Standort für die forschende Arzneimittelindustrie ist. Forschung ist die beste Medizin. Das ist jetzt die Informationskampagne des Verbandes Forschender Arzneimittel und ich glaube, die Überschrift ist gut gewählt. Und diese pharmazeutische Forschung passt sich auch ein in unsere Hightech-Strategie der Bundesregierung. Wir haben zum ersten Mal sehr systematisch in 17 Sektoren eine Strategie entwickelt, die uns in den einzelnen Bereichen an die Spitze bringen kann oder uns an der Spitze halten kann.